Ich habe keinen gerade. Ja, guck aber wegen der Strömung, Fein. Das ist ja voll niedrig. Fein, die hat doch gar kein Sitz gemacht. Dann, ihr macht nicht so weit wegen der Strömung. Ich habe Angst, Mila, komm lieber wieder her. Lass sie doch. Nein, ich habe Angst. Die steht im Wasser. Wo ist der Stock, Mila? Wo ist er? Jetzt lass sie mal draußen. Guck mal, die ist nicht wegen Matsch gekommen. Das ist nicht meine Stille. Ja, jetzt muss ich mal sehen. Jetzt geht's mal schauen. Das war's. Das war's. Vielen Dank.